1 los Halli und hallo meine lieben Freunde Willkommen zur nächsten Folge von Skyfactory Zusammen mit Texa04 Alias VQLP Hallüchen Und mit Salens Jo, und mit mir Die pro Jenny Yay Und was ist das? Was unsichtbares? Was ein Floor Remaster? Hallo 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 Ich bin auch mal wieder dabei Wie war das noch mit dem Tönen? Der ist ein schlechter Sohn, du darfst leben bleiben Ja Juhu So, Jenny würdest du mal deinen Satz sagen? Ja Es hat sich einiges hier verändert, wie ihr seht Unter anderem Tock-tock-tock-tock-tock-tock-tock-tock-tock-tock-tock-tock-tock-tock-tock-tock-tock-tock-tock-tock-tock-tock-tock-tock-tock-tock-tock-tock-tock-tock-tock-tock-tock-tock-tock-tock-tock-tock-tock-tock-tock-tock-tock-tock-tock-tock-tock-tock-tock-tock-tock-tock-tock-tock-tock-tock-tock-tock-tock-tock-tock-tock-tock-tock-tock-tock-tock-tock-tock-tock-tock-tock-tock-tock-to nicht mehr. Aber der Boden ist hier ein bisschen gemacht. Das heißt, das rote Holz läuft zu den Türen, beziehungsweise zu den Wegen halt. Das weiße, das ist Sakura Wood Planks, sind als Äußere. Und ich finde, ja, wir waren uns einig. Wir waren uns definitiv einstimmig, haben wir beschlossen, dass es genau so wird. Hatten wir letztes Mal schon. So. Und jetzt darfst du einmal herkommen, Chris. Danke, danke. Also, zwei Sachen. Erstens, Turtle, Solarzellen, Energie, bla bla. Ich gehe das Programm einmal an. Also, Edit Solar. Ganz einfach, guckt es euch einmal kurz an. Und wer Interesse hat, das genauer zu sehen, soll sich einfach melden. Machen wir es dann nochmal extra. Okay? Oder willst du dir noch wieder runterrattern? Ich wollte eigentlich nur sagen, dass der Ladevorgang und der Speichervorgang zwei unterschiedliche Dinge hat. Einmal zwei Minuten laden, drei Minuten entladen. Ende. Gut. So, und zweitens, den Raum unten, den habe ich offscreen ein wenig vervollständigt. Der war noch selbst da? Ein wenig. Wenn man so bedenkt, vorhin war da irgendwie nur so, also, letzte Aufnahme war nur so ein Kleckschen da. Die letzte Aufnahme hast du noch von der anderen Seite hier rüber gebuddelt. Echt? Ja, ha. Ähm, kann das sein, dass einer von euch dabei eine Axt hat? Nö. Also, ich habe nur meine Axt. Ich habe eine Lamba-Axt, die du mir gemacht hast. Ich habe gar nichts. Kann das sein, dass sie mit runtergefahren... Ach, ich hab's, ich hab's, ich hab's, ich hab's, ich hab's, ich hab's. So, und kurze Erklärung, äh, die Solargeneratoren reagieren halt auf Redzone-Signal, das heißt, wenn wir keins kriegen, laden sie, ansonsten entladen sie. Die geben das direkt an die Zellen ab. Die Zellen sind in der Reihe geschaltet, das heißt, maximal 400 RF kriegen wir hier raus. Geht an den Harvester. Der Harvester erntet hier alles. Tut den gesamten Loot in die Kiste hier hinten rein, wo wir hier schon wieder die Forst-Saplings haben. Ähm, die Kiste wird mit dem Trotz-Her-Node wieder leer gesorgt, haut alles Holz in den Holz rein, Saplinge und da unten rein. So. Und jetzt müssen wir... Und, wo bemerkt, das ist meine Kreation hier mit dem Programm und so. Jaja. Meins! So, jetzt müssen wir den Planter bauen. Willst du Strom oder die andere Verkabelung neben Chris? Ich nehme Strom. Hey, Flory, du kannst mir helfen. Ja, ich habe heute schon einen großen Korb. Mh. Yay! Transferpipe. Ja. It's so beautiful. It's a beautiful light. Kann ich dem irgendwie eine Priorität zuweisen oder so? Kannst ihn filtern. Ja, klar, aber... Das er halt erst hierhin geht und dann da hinten hin. Also wenn das dann voll ist, dann macht er nichts weiter, also... Ja, das ist mir klar. Aber ich meine, dass halt die Saplingen erst hierhin gehen. Ja, das macht er normalerweise automatisch dann... Wenn du einen speziellen Filter setzt, dann ist das auch automatisch eine höhere Priorität. Okay, welchen Filter brauche ich dafür? Nimm du mal ganz kurz das... Aber ich habe noch keine Angst, da muss ich noch einen machen. Du machst so eine scheiß blöde Transformer. Du machst das erst mal. Ja, danke. Und dann setzt du da unten einen Filter ein oder sowas. Ich weiß es nicht genau. Und... Die Filterpipe darfst du alleine bauen. Stell dich nicht so an. Sonst... Ah, Mann! Ähm... Alternative wäre ja eventuell... Wir müssen uns sowieso überlegen, ob wir das nicht ins ME-System reinpumpen oder so. Später dann. Mhm. Ähm... Dass wir uns hier einfach eine Kiste hinstellen, die wir halt voll machen müssen. Ist, glaube ich, einfacher, oder? Mhm. Ich glaube fast. Oder einfach hier eine Transferpipe an dem Barrel ran. Kannst du mal kurz da ein Loch reinmachen? Oder? Nein, das war der Falsche. Halt im Endeffekt in der Wand, wo ich gerade ein Loch reingemacht habe, nur... Äh... Genau, beim Planter. Ne, da kommen wir nicht ran, leider. Das ja... Wir kommen überall ran. Ja, aber dann haben wir ja keinen Input mehr. Wir müssen den Output hinten machen. Ich meinte auf gleicher Höhe wie die Pipe, die du da hast. Nur halt in der hinteren Wand. Ach, das doch. Das ist ja schon. Komm, dass ich hier runter das Segel... Ähm... Danke dir. Verdammt. Weiter. Damit ich dir sage, was ich vorhabe. Ich habe jetzt die Treppe hier so platziert, damit es so ein bisschen weiter geht. Platz hier mal an, dass sie da rankommen. Hm? Ja. Platz hier mal an dem Loch, an, dass sie da rankommen am besten. Kommst da ran an, ihr Pipe? So, das heißt, hier sollten jetzt normalerweise gleich die Bäumchen alle hinkommen. Na, kommen die auch irgendwann, oder? Ja, wird leer gesaugt. Ja. Ja schon. So, und jetzt müssen wir die Energie hier noch eben runterleiten. So, Flori, ich guck. Ja. Die Treppe ist so, aber die Treppen rot machen. Das heißt, dass es blöd wird. Hier runter einfach. Hier. Hm. Warte mal, lass mal von oben gucken. Ich würde nämlich meinen, Ich würde meinen, dass wir das auch von hinten her leiten. Beziehungsweise so, 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 dass wir das hier runter leiten. Die mittleren Treppen aber, ne? Ja, genau die. So runter? Ja. Ja, willst du das so haben, oder? Ja, genau so. Können wir nichts regeln, das ist kein Problem. Genau. War alles rot. Mhm. Können wir das nämlich hier lang leiten. Ich will das testen, erst mal, wie es aussieht, warte. Okay, okay. Ja. Das sieht doch besser aus. So. Hat was. Und jetzt sollte das klappen eigentlich. Mhm. Auch wenn das leicht komisch aussieht. Ja, muss ich so machen. Mhm. Gut, das klappt auf jeden Fall. Aber hier habe ich das Upgrade vergessen. Jo, der pflanzt. Der setzt die Plants. Hast du den Dreck aufgesammelt, zufällig? Äh, ein Jahr. Ja, hier ist nämlich ein Loch. Bei mir hier. So. Mhm. Das sieht man hier nämlich bei mir auch, äh, wieder so schön platziert. Ähm. Das er teilweise immer so lange braucht, liegt einfach nur daran, dass er jede Reihe einzeln abgeht. Das heißt, wow. Du hast ein Blatt vorm Kopf. Wenn er hier jetzt ist, hinten angekommen ist, ne Bladierreihe geht erstmal ganz durch. Und wenn wir halt alles mit Dreck machen würden, würde er theoretisch alles hier anpflanzen. Aber das wollten wir ja nicht machen. Und jetzt haben wir einen automatischen Baumfarm. So, und jetzt kommt Plan 2, was wir noch machen wollen. Oder ich zumindest. Richtig. Ähm. Chris, wollen wir irgendwo die Lava hinleiten oder an der neuen Stelle Lava produzieren? Ähm. Kommt drauf an, wie viel Lava brauchen wir denn? Äh. Gar nicht wahr. Clean Storm braucht nur dauerhaft Wasser. Stimmt ja. Das heißt, wir brauchen eigentlich nur ein einziges Mal, dann lasst du es hier unten einfach in dem Raum machen. Hier ist ja noch so viel Platz. Ähm. Kümmerst du dich um das Ding? Ja, aber natürlich. So, Rezept ist eigentlich relativ simpel. Boah, das einfach hier in den Eck, würde ich sagen. Ja. Wollen wir direkt da drauf platzieren? Oder... Bring den auch gleich nochmal in der Kiste mit. Sieht besser aus. Haben wir noch eine? Ja, wir haben noch ein paar. Okay, bringen wir eine mit gleich. Was für die Farbe wolltet ihr aber angeboten haben? Keine Ahnung. Sag ne Farbe. Grau. Grau, 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 grau. Welcher Baum ist grau? Äh, Ghost for the Spice. Nicht ganz grau. Eine Kiste. Ich würde es dann einfach hier in der Ecke rein platzieren. In der Ecke ist die Cameletta, meinst du? Ja, und den Dingster genau drüber. Ach, willst du jetzt einen tiefer setzen? Ich wollte ansonsten... ...so ein Wasserbecken hier draus machen. Könnten wir auch machen, sonst... ...und dann einfach stärs hier vor. Ja gut, dann mach du das. Äh, das Ding brauchst du noch, die Kiste brauchst du noch. Ja, genau. Und wirf alles hier hin, während ich hin noch wuddel. So. Ähm. Aber den äußersten Rad würde ich gerne so weiß lassen, so. Ist das so? Ah, verstehe. Ja, okay. Gut. Habt ihr was dagegen, wenn ich schon mal anfange, äh, Crafting-CPU zu bauen? Was ist das? Ja, da hab ich was dagegen. Das Ding kann selbstständig craften. Okay. Why? Wozu braucht man das? Man muss sich alleine craften. Dann kannst du einfach sagen, crafte oder ist fertig. Gib mal bitte, äh, Storage ein. In N.E. Das ist egal. Und guck dir mal die 64k Storage Cell an. Sogar 256.000 haben wir. Storage was? Kurz, ähm, Storage Cell. Welche, welche soll ich machen? 64er. 64k. Was für'n Aufwand, ähm, der Ship ist. Der Storage Cluster. Das war definitiv falsch. Ja, so'n Aufwand ist das. Ein Klick. Ups. Naja. Und wir müssen es jetzt schon mal haben? Ja, na dann. Nein, auf jeden Fall ein, so'n Ding. Ähm, 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 eine, so'ne Storage Cluster, die man dafür braucht, braucht insgesamt 48, äh, einfache Storage Dinger. Und die Kosten jeweils, äh, sind jeweils immer auch recht aufwendig zu craften. Und wenn wir ein vernünftiges Lager machen wollen, dann brauchen wir das. Kannst Flo fragen, wie schnell so'n paar Zellen voll sind. Bin nur fast runtergefallen. Stimmt's, Flo. Die sind aufwendig, ja? Das weiß ich von Agras. Und man wird die auch relativ schnell brauchen. Und dadurch, dass das Server hier jetzt 24-7 läuft, äh, wahrscheinlich sogar noch schneller. Äh, Jenny? Ja? Ähm, wo willst du denn die Wand haben? Das ist jetzt ne Frage. Welche Wand? Na, die äußere Wand. Ist das jetzt, kommt erst die hier nach, oder erst die, also hier? Die, die, die Wand hier, die, die kommt nach, das kommt, da kommt Glas hin. Ja, hier kommt noch das normale Holz hin. Was? Dieses weiße. Ja, ja, und, ähm, genau, und das äußere, der äußere Rand, also hier. Ähm. Da wird braun gemacht, wo das, äh, wo das Glas hin kommt, das kommt. Warte kurz. Ja, das Glas kommt so und ich weiß, das willst du so ne Ausgucke haben. Genau. Richtig schön. Genau, 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 genau. Wehe, Rechner, ich schwör's dir. Es gibt's nicht. Schon wieder? Gleich, Leute. Wie lange haben wir denn schon? Ja, alles gleich. 40 Minuten. Ja, dann mach Verabschiedung. Jo, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann. Ciao. Ciao, ciao. Tschüss. 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 Tschüss.